Hallo! Bundesweins sind die Atemschutzmasken ausverkauft. Kein Problem. Hier zeige ich euch heute, wie ihr mit handelsüblichen Mitteln eine eigene Atemschutzmaske blitzschnell herstellt. Einzige, was ihr dafür braucht, ist ein handelsüblicher Herrenhunterhäuschen. Das ziehen wir dann einmal auf links. Dann die eine Seite stram über den Kopf ziehen. So sind zumindest schon einmal die oberen Atemwege geschützt. Und für den nuklearen Fallout kann man dann selbstverständlich noch die Geschichte verfeinern. So sieht es aus. Gut geschützt könnt ihr nun damit auf die Straße. Morgen zeige ich euch, wie das mit einem Damenstring funktioniert. Bleibt gesund und auf Bad!